Hallo zusammen, heute kommt mal ein kleiner Film über die RWE und über die TUI. Bei beiden ist mir so ein bisschen was aufgefallen und das hier sind die RWE. Ich mache mal den Chart ein bisschen länger rein, dass ihr das seht, woher die kommen, was die gemacht haben. Und das ist also ein ganz klarer Rounding Bottom. Also rounder als round, das geht gar nicht. So, und zwar, mir fallen hier so ein paar Sachen auf. Zum einen, wir haben von dieser Bewegung hier da hoch, aber auf den Punkt wieder auf dem 38er aufgesetzt und der 20-Tage-Linie. Die haben wir dann vor drei Tagen, man war ja das am Donnerstag mal kurz unterboten, sind sofort wieder hoch, wie so ein Flummi. Wir liegen oberhalb der 200-Tage-Linien, schließen da drüber mit deutlicher Umabstand. Wir waren hier auch drüber, aber haben immer drunter geschlossen. Und wir haben diesen Trend, der ist vom Dezember 2023, da liegen wir auch dran. Ich finde, dass sie grundsätzlich gut aus, von der Technik her auch. Da kann ich also überhaupt nicht, wird das was Falsches, da kann ich überhaupt nicht meckern hier. Also gar nicht. Das ist nicht nur eine Stabilisierung, das ist auch ein leichtes Kaufsignal. Und wir haben ein weiter positives Stochastik. Ich denke jetzt mal nicht, wo habe ich denn die Zahlen? Hier, ich mache die mal hier rüber. So. Dann kann ich den Chart größer machen. Oder auch nicht. Moment, ich mache es so. Ich finde, das spricht alles für den Wert. Das oberen Band liegt im Moment bei 35,91. Im Moment sind sie ein bisschen breiter gestellt. Wir haben 17,44. 35, 57 zu 67, 10 Cent. Ich denke, man muss jetzt nicht heute Abend noch hier um 17,44 die Hütte voll kaufen. Das muss man nicht machen. Was ich mache, ich werde ein Drittel kaufen, und zwar von so einem Schein hier. Das sind 33,03er. Der liegt unterhalb des unteren Bandes und unterhalb des 50er Retracements. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Kann alles passieren, aber sehe ich jetzt mal nicht so. Also ich möchte eigentlich ungern hier so einen 30er nehmen. Der hat mir in diesem Fall doch zu wenig Hebel. Der Hebel hier ist 13. Das ist die UM5 AP3. Ein Drittel kaufen. Und den Rest kaufen, wenn wir das obere Band überbieten. Das ist bei 35,92, also noch 20, na im Moment, 25 Cent. Aber mir gefallen die. Mal ganz kurz auf die Woche geschaut. Ist auch alles völlig in Ordnung. Da sind Sie sogar am oberen Wochenband. Das heißt, dieser Punkt hier, diese 35,71 bis 93, der hier, die sind schon, nee, das ist nicht der. Die 35,76 sind schon wichtig. Wenn Sie das überbieten sollten, werden Sie auch relativ schnell eben diese 36,40 angreifen. Und dann haben Sie Platz bis hier. Und dann sind wir bei rund 40. Strom, ich habe ja neulich da dieses Webinar gehalten, ist überall auf der Welt gesucht. Energie wird gebraucht. Und die machen das eigentlich recht gut. Ich gehe mal zurück auf den Tag. Also das ist der Schein hier. Ich nenne jetzt auch gar keinen Putt, weil selbst wenn sie fallen sollten, bin ich der Meinung, also wenn ich mich irre, dann hört es bei 33,25 auf. Ich mag die. Und jetzt gucken wir mal auf die TUI. Heute hat, wie heißen die, FTI Touristik Insolvenz angemeldet. Ich weiß nicht, ob Sie sagen können, das ist ein großer Konkurrent, aber egal wie, es ist ein Konkurrent von TUI und daraufhin ist die TUI sofort angezogen. Moment, hier ist er. Die TUI hat einen sehr stabilen Boden gebaut. Um die 5,97. Hier. Das ist der Tageschart. Dann sind wir in der letzten Woche und vorletzten Woche noch mal runter auf die 200-Tage-Linie. Einmal, und das hier sind nur, ich glaube, 3 oder 4 Cent, das ist nicht viel. Und heute ziehen sie dann um 7 Prozent an. Die TUI hat ja schon Zahlen gebracht. Der Markt, das war hier. Der Markt fand ihn nicht besonders toll. Die Zahlen an sich sind gut. Was allerdings der Fakt war, ist, der Chef von TUI hat halt ein bisschen mehr versprochen. Das war vielleicht etwas zu ambitioniertes Ziel. Und deswegen sind die dann noch mal runtergekommen. Aber mir gefällt auch das hier. Wir bekommen hier eine schöne Stabilisierung rein über das MACD. Die Stochastik ist positiv. 200-Tage-Linie hat gehalten. Unteres Band hat gehalten. Für mich hat der Wert weiter Potenzial. Erstmal wenigstens bis 7,21. Das wäre dieses Top nochmal. Und je nachdem, wie schnell er das macht mit dem Momentum, was er heute hier mal vorgelegt hat, kann der da auch locker drüber gehen. Also ich sehe TUI mit einer guten Unterstützung hier. Ich habe zwei Scheine rausgesucht. Einer ist recht weit weg, 5,25. Da sind wir hier, wo jetzt die Maus ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in diesem Bereich hier einige Stops liegen. So um die 6. Runter bis 5,90. Und da kannst du die auch mal kurzfristig ein bisschen zerbröseln. 5,60, 5,70. Deswegen ist dieser Schein hier eher der sichere Schein. Hat aber auch nur einen Hebel von 4. Das ist halt statt der Aktie. Und dann habe ich aber auch noch einen größeren genommen. 5,74. Da sind wir da, wo jetzt die Maus ist. Ich mache es mal hier rüber. Der sollte also auch Stops, die hier kommen könnten, überleben. Das glaube ich schon. Wenn die Stops bei 6 sind, dann geht es vielleicht 10, 15, vielleicht geht es 20 Cent. Der sollte das überleben. Da ist der Hebel etwas größer. Finde ich aber alles in allem recht gut. Die machen das recht ordentlich. Nochmal die Zahlen. Ich fand sie gut und durch den Wegfall eines Mitbewerbers, und das auch noch vor der Sommersaison, kann ich mir vorstellen, dass das TUI insgesamt weiter nutzen wird. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.